Digitalisierung, Transformation, Zukunft 2016 ein guter Jahrgang nicht nur kulinarisch sondern auch in unserem Dialogmagazin in der Ausgabe positionierte sich Herr Professor Inge-Gurzki zum Thema Vorsprung durch Wissen im Enterprise Information Management in unserem Interview Kompass sehr klar zum Thema der Umgang der Daten und Informationen im Zeitalter des Intranets und er ist der Mensch, der diesen Satz positioniert hat jeder bekommt das Intranet was er verdient hat ein spannendes Thema aber nicht nur dieses sondern viele andere wurden gerade in dieser Ausgabe klar positioniert Themen zur Industrie 4.0 Themen zur Cloud Themen aber auch in den Fachorganisationen von Ängsten und Chancen im Umgang mit der Digitalisierung So schrieb Herr Lipko das Ende der Juristen und zeigte dabei auf dass im Zeitalter von Legal Tech Fintech und RegTech nicht alles schlecht sondern mehr mit den positiven Gedanken verbunden ist diese Zukunft zu gestalten und so möchte ich Sie einladen Blättern Sie auch selber unter www.dialog-magazin noch einmal in diesem Jahrgang und nehme die Idee aus Theorie und Praxis für Ihren Alltag mit auf Wenn es Ihnen dabei hilft würden wir uns da sehr freuen drüber und laden Sie recht herzlich ein Seien Sie auch beim nächsten Mal dabei im Scharfblick 2017 Bis dann! Bis dann!